Schatze, ist vielleicht schon der Frühschock mein Stift? Nein, erst am 9.9. Am 10. Vor mir Tag mit der Trachtenmusikerböne Voce, Sindelburg! Papa, spürt ihr leicht Militärmusik? Ja, am 9. sind wir beim Platzkonzert im Bezirkswesen-Basen-Stift-Aracker. Papa, du möcht' ich auch hin! Übt ihr es vielleicht schon fürs Waisenblasen? Ja sicher! Ist ja schon ein paar Wochen bei uns im Stift! Hey, zuck mal, das ist der Sofhne! Hey Sonja, was machst denn du da? Ja, ich stelle mich aufs Ibst-Toler-Blecher am 9. September! Folgt uns auch mal! Tschüss! Jetzt müssen wir jetzt nur mit Voce, vielleicht schon das Waisenblasen an! Hallo, grüß euch liebe Freunde der Blasmusik! Kommt zu uns am Waisenblasen? Kommt zu uns am 9. September 2018! 10.30 Uhr fängt das Waisenblasen an! 13.00 Uhr fängt das Waisenblasen an! 13.00 bis 14.00 Uhr spielt Militärmusik in Österreich ein Platzkonzert! Und ab 14.00 Uhr fängt das Waisenblasen an! Und ab 15.00 Uhr spielt die Ibst-Toler-Blech! Wir freuen uns, wir haben ein bestes Programm vorbereitet! Musikalisch und kulinarisch! Der Bais, der hat was versammelt! Kommt zu uns! Es war heute schon eine Geschichte und alle kommen zu! Musikalisch und unglemmes Buch die